so hi und hallo mal wieder wie ihr seht was außergewöhnliches und zwar led luftballons und warum weil ich benutze die schon etwas länger für feiern zum mitbringsel als geschenk und 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 jetzt hat meine andere hälfte gesagt baue sie doch in dein winterleuchten im garten ein stimmt sind ja wasserfest aufblasen sie leuchten also von dieser marke weil ich die benutze steht drauf haltbar das leuchten zwischen acht und zehn stunden das stimmt nicht bei mir leuchten sie nach fünf bis sieben tage immer noch zwar nicht mehr ganz so hell aber sie leuchten also wer sich schon mal welche gegönnt hat und besonders diese marke weil diese marke kenne ich möge mir doch unten in kommentare schreiben wie lange sie wirklich halten ob das nun zufall ist also sie halten wirklich mehrere tage und nicht so wie es hier steht acht bis zehn stunden aber nichts zu trotz werde ich so jetzt euch mal präsentieren da hat meine andere hälfte natürlich recht werde ich mal ein paar ballons aufblasen leuchten bringen und im garten immer ein winterleuchten mit reinpacken also in so ein tütchen sind immer drei stück so sehen sie dann aus ihr seht der auslöser raus ziehen dann seht ihr das leuchten schon aufblasen aufblasen ich blase mal nicht so groß auf ein knoten hinein machen so sehen sie dann aus oder leuchten ich mache mal das licht aus und das andere licht auch also wie ihr seht ich finde ein schönes leuchten und wenn ihr sie nicht mehr braucht könnt ihr ein klein deko tipp damit machen seht ihr das werde ich also demnächst in mein winterleuchten mit einbauen dieses leuchten auf ein rasenpaar verteilen jetzt gebe ich euch einen kleinen tipp wenn ihr sie nicht mehr braucht eine schüssel besorgen den luftballon kaputt machen wie ihr gesehen habt es ist einfach eine led lampe also wie gesagt eine schüssel besorgen zwei drei stück rein wenn ihr wohnzimmer oder zimmer habt sie leuchten dann einfach so weiter solange wie sie eben leuchten finde ich auch eine gute deko tipp idee also wo ihr diese led luftballons sicher und bequem bestellen könnt teilweise sind die auch recht günstig muss man echt sagen und mit der deko tipp in wohnzimmer oder zimmer in so eine schale ist wirklich wunderbar da rein sand machen oder sowas es sieht gut aus also wie gesagt wo ihr diese luftballons sicher und bequem bestellen könnt teilweise auch günstiger werde ich immer unter dem video verlinken wünsche euch natürlich ein schönes leuchten ihr werdet sie demnächst wieder sehen auf mein eigenes privates winter leuchten das video was ich machen werde ansonsten wie immer kommentiert mir wenn ihr auch welche davon schon habt also jetzt sage ich wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu indem du weinen Wenn ihr euch ist ihr schommig moment sch bis